Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr unter lübbe.de slash themusicofwhathappens eine Triggerwarnung. Achtung, diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Team von Lübbe Audio. The Music of What Happens von Bill Konigsberg Es lesen Moritz Pliquet und Louis Friedemann Thiele. Da ist diese Sache, die mir mein Vater beigebracht hat, als ich noch klein war. Eines Tages, da war ich acht, hat er mich im Wohnzimmer an den Füßen gepackt und mich wie in einem Karussell im Kreis herumgeschleudert. Mann, ich habe es so geliebt, frei durch die Luft zu fliegen und die Zentrifugalkraft zu spüren. Ich war sicher, dass ich einfach davonfliegen könnte, wenn mein Vater mich losließe. Aber dieses eine Mal ging er ein bisschen zur Wildsvorsache, nehme ich an, und mein Kopf knallte gegen den Schrank, in dem wir die Brettspiele aufbewahrten. Die Welt drehte sich plötzlich. Ein stechender Schmerz schoss mir durch den Schädel und ich war total geschockt. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, warum ich nicht gleich anfing zu heulen, aber dann natürlich doch. So etwas macht dich bloß stärker, du bist ein Kämpfer, sagte er zu mir, als die Tränen mir die Wangen runterliefen. Schmerz vergeht. Ich saß heulend auf dem Boden und rieb mir die Stelle an der Stirn über meinem rechten Auge, die sich schon bald in einen blauen Fleck von der Größe des Staates Texas verwandeln sollte. Jamant wartete ich auf meine Mutter, damit sie den Schmerz wegpustete. Ich vermute, sie war unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen, denn sie kam nicht. Eine gefühlte Ewigkeit lang nicht. Dad stellte in der Zwischenzeit den Fernseher an und ignorierte mich einfach. Er war kein perfekter Vater, solange er bei uns gelebt hat, aber bei dieser einen Sache sollte er recht behalten. Meine Tränen trockneten und meine Kopfschmerzen ließen irgendwann nach. Ich setzte mich neben ihn, sah das Ende des Cardinals-Spiels und als er einen Witz über die Frau von Kurt Warner machte, die seiner Meinung nach wie ein Junge aussah, lachte ich sogar ein bisschen. Ich kam mit einem blauen Auge davon und stellte fest, dass ich stärker war, als ich dachte. Ich war ein verdammter Kämpfer. An diese Lektion muss ich nun, neun Jahre später, denken, während ich mit meiner Mom auf dem Gilbert Farmers Market stehe und versuche, nicht durchzudrehen. Was zum Teufel war da letzte Nacht los? Ich denke an die beschissene Szene, die über mich hereinbrach, als ich mich um sechs Uhr morgens ins Haus schlich und meine Mom mit vor der Brust verschränkten Armen und wütend hochgezogenen Augenbrauen dastehen sah. Als ich jetzt meinen Blick über den Markt schweifen lasse, wird mir klar, dass ich die Wahl habe. Entweder ich drehe durch und schiebe Panik oder ich reiße mich zusammen und kämpfe. Ich zwinge mich zu einem Lächeln und wähle Letzteres. Und als die Begeisterung meiner Mutter für Fleisch von Weidetieren sie dazu verleite, zu dem Mann am Marktstand, gruselige Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich gar nicht so meint, beschließe ich, dass es für diesen Kämpfer höchste Zeit ist, seine eigenen Wege zu gehen. Ich kann es kaum abwarten, ihr Fleisch in meinem Eintopf zu probieren, sagt sie, was abartig klingt, weil es aus Moms Mund kommt. Ähm, ich seh mich mal bei den Foodtrucks um. Ich wende mich zum Gehen. Mom wirft mir einen Blick zu und sagt, pass auf dich auf, Maximo. Kein Ärger mehr, verstanden? Kreuzkümmel. Thea. Das Zirpen der Zikaden und mein Herzschlag. Nein. Und nochmals nein.